so einfach ist fußball brauchen die lizenz weniger zweier gar nicht anmelden aus finanziellen gründen bei dem kleinen stadion wir wüssten dann können wir uns ja gleich hsv ich meine wir sparen uns ja die jugendarbeit hat sie von daher ganz stark jetzt könnte er den ball reinbringen einfach zu statisch da müssen sie sich mehr bewegen sonst kann die abwehr sie zu einfach ausreichend so wie hier stark klasse doch passt doch man ich bin aber er ist er noch an die war schade war Ja, guter Pass. Der Versuch. Boah. Da wurde uns ausgehoben. Weil wir da sind. da kommt da hast du wieder ja schön du war jetzt sieht alles sehr überlegt aus schön dazwischen gegangen gut gut nice move oh schade stark der oberkantastin könnte dieses schöne vorchecking ein träumchen und diese doppelpässe der martenspiel ist ein träumchen will du mich veräppelte aber der muss rein abschluss also schießen insgesamt 91 vielleicht zählt er den torwart anschießen auch mit dazu der brustkorb einschießen das ist doch spiel jawohl jawohl durchgeschickt gut aus und das war gibt es natürlich zusätzlich selbst das spiel die foxes und sie wirken sehr zielstrebig ich komme gut vor das tor komme gefährlich vor das tor und rausgekommen ist die führung die vergeben naja wer ist heute in den kriegen auf keinen fall warte ich nicht der aber da der der die der Aber hier Liga 3 in Pro-Club entspricht doch so wie Landesliga oder Verbandsliga im richtigen Fußball, oder? Also ich frag deswegen, ob ich mir wieder ein Bier holen kann oder ob das verpönt ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Es geht weiter in diesem Spiel. Die Pause ist vorbei. Armin liegt zurück. Nein. Da trennt er ihn vom Ball. Gut verteidigt. Ach, keine Ahnung. Der Vorstoß von Arsenal. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Jetzt ist die Kugel weg. Na, hat einen Ticken zu lange gedauert. Von mir jetzt. Nicht von... Anderem. Was macht er draus? Keeper muss nicht reingreifen. Keine echte Gefahr. Bleibt hier. Bleibt hier. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Hm. Oh, Schweine gehabt. Ach, Mann ey. Gut gemacht. Vorbei am ab ist wieder. Schön. Ich hab direkt gedrückt. Da muss mehr kommen. Auf Arni eben. Man ist natürlich. Kann er was draus machen? Kann er was draus machen? Herr Reingabe jetzt. Sie können nicht klären. Sind beide in Bedrängnis. Toll. Wann? Oh, Tocke hier. Tor! Pum, 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 Pum. Aber im Notfall den Torwart f abgetreten. Sorry. Jetzt der andere von der Foxes. Aber dann ist der Mann weg die Szene damit also beendet. Wegen. Klar. Jawoll. Ja, schwindeln. Ja. ach du sack wieder wieder gut gemacht wenn man nicht mehr nach vorne oder unter druck setzen schon gut ja wohl schön doch ein jawohl gut gemacht das war natürlich kein guter pass oder Ich drück dann immer, aber es kommt halt nix. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Jetzt der Schuss. Der sagt immer, ich soll nicht drücken. Jetzt. da scheiße ich hab gedacht es ist ja wie immer es ist und und schön schönes dribbling hier Jens, was jetzt noch zu guckst war, musst du ein bisschen entschlossener drauf gehen, hast du jetzt nur zugeguckt eingeflochen eingepinnt